wo der Wald hoch und dicht stand und wo es eine Unmenge Essen gab. Das waren so seine Gedanken, während er sich voranmühte. Doch so sehr sich sein Körper auch abmühte, mindestens ebenso sehr mühte sich sein Geist ab. Dauernd versuchte er sich einzureden, dass Bill ihn nicht verlassen habe und dass Bill bestimmt beim Kasch auf ihn wartete. Etwas zwang ihn, sich an diesen Gedanken zu klammern, sonst hätte er sich ebenso gut hinlegen und sterben können. Und während die matte Sonnenscheibe langsam im Nordwesten versank, legte er in Gedanken und immer wieder jeden Zoll der Strecke zurück, die Bill und er vor dem drohenden Winter südwärts fliehen mussten. Und wieder und immer wieder zählte er sich die Lebensmittel im Kasch, und das gute Essen in der Hudson Bay Company auf. Er hatte seit zwei Tagen nichts gegessen. Und schon viel länger war es her, seit er nicht genug zu essen gehabt hatte. Oft bückte er sich und pflückte die blassen Moosbeeren, steckte sie in den Mund, zerkaute sie und schluckte sie hinunter. Eine Moosbeere ist ein Samenkern, den ein wenig Flüssigkeit umgibt. Im Mund vergeht die Flüssigkeit, und der zerkaute Samen schmeckt scharf und bitter. Der Mann wußte, dass die Beeren keinen Nährwert hatten, aber er kaute geduldig darauf herum, weil seine Erwartung das Wissen übertraf und der Erfahrung trotz bot. Gegen neun Uhr stieß er mit den Zehen an eine Felsrippe, und vor lauter Müdigkeit und Schwäche stolperte er und fiel hin. Eine Zeit lang blieb er ohne sich zu rühren auf der Seite liegen. Dann streifte er den Riemen seiner Traglast ab und mühte sich unbeholfen in eine sitzende Stellung. Es war noch nicht dunkel, und im zögernden Zwielicht tastete er zwischen den Felsen umher, um trockene Moospolster zu sammeln. Als er einen kleinen Haufen beisammen hatte, zündete er ihn an, ein schwelendes, qualmendes Feuer war es, und setzte ein Blechgeschirm mit Wasser zum Kochen auf. Dann machte er das Bündel auf, und gleich zuallererst zählte er seine Zündhölzer. Es waren siebenundsechzig, und er zählte sie dreimal, um sicherzugehen. Er teilte sie in mehrere Häufchen und wickelte sie in Ölpapier. Ein Häufchen tat er in seinen leeren Tabaksbeutel, das zweite, hinter das Schweißleder seines verbeulten Huts, und das dritte steckte er sich unterm Hemd auf die Brust. Als er damit fertig war, überfiel ihn plötzlich panische Angst und er wickelte sie alle aus und zählte sie noch einmal. Es waren immer noch siebenundsechzig. Am Feuer trocknete er seine nasse Fußbekleidung. Die Mokasins waren nur noch aufgeweichte Fetzen. Die Stoffsocken waren durchgelaufen, und die Füße waren wund und bluteten. In seinem verstauchten Knöchel pochte es, und er untersuchte ihn. Er war kniedick angeschwollen. Von der einen seiner zwei Decken riss er einen langen Streifen ab und bandagierte den Knöchel. Dann riss er noch mehr Streifen ab und band sich die Füße ein, was ihm die Mokasins und die Socken ersetzte. Danach trank er den Topf mit dem heißen Wasser leer, zog seine Uhr auf und kroch zwischen seine Wolldecken. Er schlief wie ein Toter. Die kurze Dunkelheit um Mitternacht kam und verblasste. Im Nordosten ging die Sonne auf, das heißt, dort dämmerte der Morgen, denn die Sonne war hinter grauen Wolken versteckt. Um sechs Uhr erwachte er. Er lag ruhig auf dem Rücken, starrt zum grauen Himmel auf und spürte, wie hungrig er war. Als er sich auf den Ellbogen wälzte, erschreckte ihn ein lautes Schnauben und er sah einen Rentierbullen, der ihn mit gespannter Aufmerksamkeit beobachtete. Das Tier war keine fünfzig Fuß von ihm entfernt und sofort sah und roch der Mann ein Rentiersteak, das über einem Feuer brutzelte und briet. Unwillkürlich griff er nach seinem leeren Gewehr, zielte und drückte ab. Der Bulle schnaubte und sprang davon und seine fliehenden Hufe brechten mit Gebrassel und Geknatter über die Felsrippen. Der Mann fluchte und warf das leere Gewehr von sich. Während er sich aufzurichten versuchte, ächzte er laut. Es war eine langwierige und beschwerliche Aufgabe. Seine Gelenke glichen eingerosteten Scharnieren, sie funktionierten unwillig und rieben sich in den Gelenkpfannen. Jedes Beugen und Strecken gelang ihm nur unter zäher Willensanspannung. Als er endlich auf den Beinen war, brauchte er wieder ein paar Minuten, bis er so aufrecht dastehen konnte, wie es ein Zweibeiner tun sollte. Er kroch auf eine kleine Anhöhe und überprüfte seine Umgebung. Weder Bäume noch Büsche waren da, nichts als ein Meer grauen Moses, das kaum durch graue Felsen, graue Tümpel und graue Rinnnsale abwechslungsreicher gestaltet wurde. Der Himmel war grau. Es war keine Sonne da, nicht einmal andeutungsweise. Er hatte keine Ahnung, wo Norden war, und er hatte keine Ahnung, auf welchem Weg er am voraufgegangenen Abend hierher gekommen war. Aber verirrt hatte er sich nicht, das wusste er. Bald würde er in das Land der kleinen Stöckchen kommen. Er meinte, daß es irgendwo linker Hand liegen müsse, gar nicht weit, möglicherweise gleich hinter der nächsten niedrigen Hügelkuppe. Er ging wieder zu seinem Lager, um die Traglast für die Weiterreise zu packen. Er überzeugte sich, daß seine drei gesondert abgefüllten Zündholzpäckchen noch vorhanden waren, nahm sich aber nicht die Zeit, sie noch einmal zu zählen. Doch er zauderte und überlegte, angesichts eines prallen Beutels aus Elchhaut. Groß war er nicht. Er konnte ihn mit beiden Handmuscheln verstecken. Er wußte, daß er fünfzehn Pfund wog, ebenso viel, wie die ganze übrige Traglast. Und das beunruhigte ihn. Schließlich legte er ihn beiseite und fuhr fort, den Packen zusammenzurollen. Er unterbrach sich und starrte auf den prallen, elchledernen Beutel. Hastig hob er ihn auf und blickte sich herausfordernd um, als ob die Einöde ihn darum berauben wolle. Als er sich erhob, um schwankend seine Tagesreise zu beginnen, steckte der Beutel in seiner Traglast auf dem Rücken. Er hielt sich nach links und blieb dann und wann stehen, um Moosbeeren zu essen. Sein Knöchel war steifer geworden, er hinkte stärker als vorher, aber der Schmerz im Knöchel war nichts verglichen mit dem Hungergefühl in seinem Magen. Es waren grimmige Schmerzen. Sie nagten unablässig an ihm, bis er sich nicht mehr auf den Weg konzentrieren konnte, den er beibehalten sollte, um ins Land der kleinen Stöckchen zu gelangen. Die Moosbeeren konnten seinen Magen nicht beschwichtigen. Mit ihrer Schärfe reizten sie seine Zunge und seinen Gaumen und machten sie wund. Er gelangte in ein Tal, wo von allen Felsrippen und Moosbeerschöpfen Scharen von Bergschneehühnern mit schwirrenden Flügeln hochstiegen. »Krr! Krr!« krächzen sie. Er bewarf sie mit Steinen, konnte aber keins treffen. Er stellte seine Traglast ab und pirschte sich an sie heran, wie eine Katze einen Sperling beschleicht. Die scharfen Felsrippen zerrissen ihm die Hosenbeine, bis seine Knie eine Blutspur hinterließen, doch der Schmerz wurde vom nagenden Hunger übertönt. Er kroch durchs feuchte Moos und durchnäßte seine Kleider, bis er vor Kälte zitterte. Aber er merkte es gar nicht, so groß war seine Gier, etwas zu essen. Und immer wieder stiegen schwirrend die Schneehühner vor ihm auf, bis sie er ihn zu verspotten schien und er sie verwünschte und ihre lauten Schreie nachmachte. Einmal stolperte er fast über einen Schneehuhn, das wohl geschlafen hatte. Untertitelung des ZDF,